Musik Ja, die nächsten drei Monate sind ins Land gegangen und so möchte ich euch die aktuellen 2 Euro Sondermünzen vorstellen. Es sind wieder einige erschienen, genauer gesagt haben wir in diesem Video 6 bzw. 7 Stück an der Zahl. Und da möchte ich gern mit Frankreich beginnen. 2 Euro Simone Weil mit einer Auflage von 10 Millionen Exemplaren. Simone Weil wurde am 13. Juli 1927 geboren und starb am 30. Juni 2017. Sie war französische Politikerin und war von 1979 bis 1982 Präsidentin des Europäischen Parlaments. Dann haben wir Italien 70 Jahre Verfassung mit einer Auflage von 4 Millionen Münzen. Darauf haben wir ja schon länger gewartet, denn Anfang des Jahres wurde bereits die PP veröffentlicht und auch das Gesundheitsministerium die 60 Jahre gibt es bereits in PP und wird dann auch in ST noch im Herbst erscheinen. Die italienische Verfassung trat am 1. Januar 1948 in Kraft und dabei weist sie bis heute einige Besonderheiten auf, wie die zentrale Rolle des Parlaments und auch die relativ große Macht des Verfassungsgerichts. Weiter geht es mit Litauen, mit dem Chor- und Tanzfestival mit einer Auflage von 500.000 Münzen. Das Festival als solches habe ich da relativ wenig dazu gefunden, deswegen nur als kurze Information. Das Festival ist ein Bestandteil einer repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Mehr möchte ich an dieser kurzen und knappen Stelle hier nicht dazu sagen, aber ihr könnt natürlich gern bei Google selbst danach suchen. Weiter geht es mit Malta, mit dem Imaitra-Tempel. Dazu muss ich leider gestehen, dass ich hier noch keine Auflagenhöhe habe. Der Imaitra-Tempel ist ein Beispiel für Tempel aus der Vorzeit Maltas. Dieser Doppeltempel entstand etwa 3800 vor Christus. Er ist auch schon fast jedem Eurosammler mal begegnet, denn dieser Tempel ist bereits stilisiert auf den 1, 2 und 5 Cent Münzen Maltas zu sehen. Außerdem ist er seit 1992 auch Teil des UNESCO-Welterbes. Dieses Mal gibt es zwei Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die Variante mit dem Münzzeichen F in der Coin Card. Soweit mir bekannt geworden ist, wird die Ausgabe mit dem Füllhorn nicht ausgegeben bzw. nicht veröffentlicht. Die nächste Münze ist aus Portugal mit dem Botanischen Garten Ajuda mit einer Auflage von 500.000 Stück. Der Botanische Garten Ajuda ist der älteste Botanische Garten in Portugal. Er wurde 1768 nach italienischen Entwürfen auf dem Gelände des Ajuda-Palasts angelegt und weist aktuell über 5000 Pflanzenarten auf, worunter natürlich nicht nur heimische Arten sind, sondern auch teilweise aus aller Welt Arten zu sehen. Und wenn man mal den Blick so durch den heimischen Garten schweifen lässt, bis man da schon auf eine dreistellige Anzahl kommt, da muss man schon ganz schön suchen, aber da kann man dann ganz gut sehen, dass 5000 verschiedene Pflanzenarten doch wirklich eine ganz schöne Hausnummer sind. Da muss ich wirklich sagen, Respekt. Sah auch auf den Bildern, die ich davon gesehen habe, sehr gut aus. Also ist, denke ich, würde ich sagen, wen das interessiert, auf jeden Fall auch eine Reise wert. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch Monaco, die 2 Euro Münze. Allerdings wieder ohne Bild. Die 2 Euro Monaco hat den 250. Geburtstag von François-Joseph Bosio zum Anlass mit einer Auflage von 16.000 Münzen, nur in polierte Platte in Verbindung mit dem Etui. Ja, François-Joseph Bosio wurde am 19. März 1768 geboren und starb am 29. Juli 1845. Er war ein französischer Bildhauer und seine Werke sind dem Klassizismus zuzuordnen. Auch hier an die Kunstinteressierten, wer gern weitere Infos über ihn möchte. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Ansonsten bitte wendet euch da an die Suchmaschine eures Vertrauens. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt sind wir alle zusammen wieder auf dem aktuellen Stand und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Entweder regulär, voraussichtlich in einer Woche etwa oder dann beim nächsten Update über die 2 Euro Münzen zum Jahreswechsel. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!